Einen schönen Gruß an die Zuschauer da draußen. Willkommen zu meinem neuen Part von S-Mod Red... äh, nicht Redux, Outbreak. Wir befinden uns jetzt im Kapitel, äh, Kanalroute. Und, äh, spielen wir mal ein bisschen... äh, jetzt nochmal... Eier. Naja, äh, Klettenbowling. Oh. Nischt mein Problem. Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi Trolololololololololololololololololololololololp Hahahaha, cool. Die sind jetzt unsichtweise heute nicht so GD-artige Viecher seien. Aua. aber meine mein leben schwindet ich werde umgebracht und schon oben ist nun kann ich auch noch mit der pistole unter wasser schießen ich habe auch eine frage an die metro kopf warum stellt ihr euch in der nähe von diesen ding an große frage so problem gelöst keine metro kopf ist mehr da müssen neu ausgebildet werden sowieso sind das echte moves wir haben ist nasevoll mhm wo kommt der ofen jetzt hier ist egal hauptsache ich kann jetzt darüber okay das sind mal wieder viele zombies oh cool pistolen also mit pistolen munition was haben wir sonst auch erst auf mich abgesehen hat damit nichts zu tun boom headshot boom headshot oh dat ne ne mp5 wie geil wow ich renne durch wow so viele zombies schaffe ich gar nicht alle zu töten dafür ist mir die munition zu schade aber schon beinahe kriegt es ja es ruckelt so weil so viele npc jetzt auf dieser karte so viele npcs auf dieser karte sind krass hier wäre eigentlich platz für ein paar zombies zum weg erledigt werden die zombies einfach von dem hubschrauber erledigt das unterkörper bietet ja noch nun scheuß Verdammt. Husch, lass mich los, du Quallenwie. Hä? Was, ich hab gedacht, ich werd immer noch festhängen. So, den brauch ich mal. Hübsch nachladen. Und so schnell wie möglich von hier abhauen. Yay! Hm. Hm, endlich, nächste, nächste Karte. Darukkult ist ja nicht mehr so, oder doch? Ne, das ist immer noch ne MP5. Lief was herum, hab ich gesehen. Achtung, vorsichtig. Ich hab mich auch geirrt. Warum schieße ich da drauf? Ich kann doch einfach mit der Brechstange draufkloppen. So, Munitionssparen und umweltfreundlich. Was geht mit euch ab? Zeitlich Slow Motion. So, die sind jetzt Geschichte. Na bitteschön, kein Problem. Man ist noch mehr. Oh verdammt. Nur brauche ich jetzt nur noch einen Schlag mit der Brechstange. Oh verdammt. Und Abstand, Abstand. Noch mehr Explosionen. Dynamische Lichter bei Feuer. Das gibt's nur in S-Mod. Oh, das hat mich jetzt ein bisschen erschrocken. Egal, ich werde jetzt mal hübsch alle abschlachten. Ja, fieses Räut, aber was soll's. Kommt alle her. Ich bin euer Freund, ich löse euch von eurem Leiden. Und noch mehr Zombies. Masskraft Zombies. Noch ein Zombie. Headshot, 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 Headshot. Multi-Headshot. Da hat sich was bewegt. Oh, das war nur die Tonne. Dass es so viel Munition gibt, das ist ja mal voll lol. Spring ein bisschen gleich nach da unten. Oh verdammt, oh verdammt, schon Soldaten. Ich finde, ich will eine stärkere Waffe haben. Die Public MP5 ist mir zu schwach. Da drin ist ja was, oder? Oh, Zombie. Was für eine Waffe, äh, so. Ich meine, was für ein Feiermodus. So, frisst die Explosion. Was finde ich denn hier so? Hm. Das ist ja mal eine witzige Granate. Meinem, meinem Nicht-Sicht-Begutachten. Scheint mir so eine Flüssig-Brennstoff-Granate zu sein. Also Flüssig-Sprengstoff-Granate. Da, seht ihr es? Da ist was drin. Es fließt so schön. Das ist Orangensaft. Explosives Orangensaft. Das ist eine wahre Vitamin-Bombe. Wurden die Texturen auch ein bisschen aufgepimpt? So scheint es mir nämlich. Oh verdammt, weggucken. Und bist du, wo bist du? Da bist du. Und tot. Aua, aua. Spinnt ihr, oder was? Mann, lass nach. Aaaaaah. Ne, Granate jetzt nicht. Ich wollte auf den noch eine Granate schmeißen, aber ich habe jetzt nur eine Granate und das ist mir zu wertvoll. Platz da. Oh, verdammt. Ups. Meins hat die, die haben es überlebt. Naja, Jellyviecher können auch mehr aushalten, oder? Oh, es kam zu mir. Das sind Supplies. Mal gucken, was für Supplies. Oh, Zombies. Mal wieder. Batterien für die Taschenlampe. Das ist ja nix. Explosionseffekte gibt es auch, wenn man, wenn es nicht ein Zeitlupe ist. Habt ihr es gesehen? Aua. Das ist jetzt Notfall. Ich bin hier aber zu viel Adrenalin im Blut. Oh, glatter Durchschuss. Der hat doch im Tod weitergeschossen. Oh, Blut spritzt. Bleibt in der Wand kleben. Ne, gibt es massenweise Blut. Das ist ein richtiges Blutspiel. Das sind noch Viecher. Ich wirf mal eine Granate hin. Ja, ich verschwende jetzt meine einzige Granate. Wow. Ja. Multicill. Awesome. Hallo schön, Zombies. Ich geb, ich geb dir kostenlose Geschosse für eure Köpfe. Okay, da, ich treff jetzt hier gar nicht. So. Problem gelöst. Und ab ins Loch. Also ich spiele, diese, diese As-Mod-Version hat wirklich ein Thema. Und das Thema ist Zombie. Zombies, meine ich. Ich höre sie ja. So. Wo bist du? Oh, miss, es ist noch mehr. Und das zum Explodieren bringen, damit die allen Man-Hacks, äh, zerstört werden. Darunter springen. Da. Viele in den Maps sind auch noch, auch schon, auch noch viel dunkler. Das seht ihr jetzt vielleicht nicht, aber vielleicht in Ravenholm. Da ist es garantiert stockdunkel. Also in Ravenholm Part habe ich noch nicht durchgespielt. Okay, freischießen. Und dann zack, da und zack, da. Ja, geschafft. Am besten mache ich jetzt so, äh, stimme ich mal auf die Gegner zu, wie ein Behindie-Kindy. Oder stimme eigentlich einfach mal gleich vorbei, denn ich werde in dieser Rebellen-Basis bekommen. Das wäre in einer Minute. Ab jetzt. Fusch. Ach, so schnell könnt ihr gar nicht so reagieren. Oh, Mist. Okay, vergisst das. Und noch mehr Zombies. Kümmert euch mal um die, um die Zombies, nicht um mich. Boah. Headshot. Alle kommen langsam auch neue Geräusche. Dann haue ich jetzt mal in einer Zeit, in einer... Mach ich einen Zeitruppe fertig, wollte ich sagen. So. Uh, okay. Äh. Aber die Rohre schaffe ich jetzt. Hüpf. Mist, doch nicht. Okay. Hey, was hat er, um zu sagen? Du bist Freeman, oder? Nein, ich bin Ego-Ding. Oh, ich habe wieder meine Granate. Yay. Meine Physik-Sprengstoff-Granate. Dr. Freeman ist auf seinem Weg nach den River. Lass ihm das Flugzeug und gib ihm all die Hilfe, die du kannst. Repeat. Gordon Freeman hat zurückgekehrt. Und er hat sich in der Black Mesa-East. Du musst jetzt gehen. Was hat er, Zwillinge? Man kann seine Freunde nicht töten. Das ist nicht möglich. Na, starke. Starke Mensch. Okay, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Tschüss. Ja, ich gehe jetzt.